Moin Leute, ich konnte mich leider nicht mehr schick machen, dafür reicht die Zeit nicht. Ihr seid alle fürchterlich wahnsinnig im Schädel drin. Ihr habt uns mit unserem Debütalbum auf Platz 12 der Charts geschickt. Das ist ungefähr... Dräuft sich mehr als alle erwartet haben und dafür tausend Dank. Ich weiß, dass er es schon weiß, aber ich habe ihn noch nicht gesprochen. Ich rufe jetzt den Tobi an. Ja, verdammte Axt. Ich kann es nicht. Sorker. Ich sage mal so, wenn Helene Fischer nicht wäre, wären wir in den Top 10. Echt? Wieso? Sie wird mit zwei Alben da direkt. Das weiß ich nicht. Es ist auch völlig egal. Weihnachten und Ostern sind jetzt beide drin. Unter Umständen. Ach, herrlich. Ach, du Scheiße. Ja. Da ist... FaceTime würde auch... Die jüngste Müller freut sich im Hintergrund auch. Liebe Menschen da draußen, nochmal tausend Dank. Tobi, sag mal Dankeschön an all die Menschen. Dankeschön. Unfassbar. Ja, unfassbar. So, ich gönne uns beiden mal ein bisschen Privatzeit, ne? Tschü, tschü, tschü. Vielen Dank fürs Album kaufen und all dieses. Es ist herrlich. Wir sind euphorisiert. Bis später.